Guten Abend die Herren, Servus! Was darf's denn sein? Öffnet mir bitte! Bring ich! Guten Abend die Damen! Hallo! Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gerne ein Glas Eckt! Ich hätte gerne Maracuja-Sapp bitte! Lass uns doch noch auf die anderen beiden warten! Ja gut, also dann erstmal nix! Fünf Minuten später! So, hier ist das Bier! Ahhhh! Sehr schön! Was kriegst du? 18 Euro! Ihr macht 20! Danke! So, da sind die Damen ja vollständig! Darf ich die Bestellung aufnehmen? Haben Sie Cola Zero? Nein! Warum nicht? Keine Ahnung, ich bin nur der Kellner! Dann muss ich nochmal in die Karte gucken! Ich nehm ne Apfelscholl, aber nur ganz wenig Saft! Die nehm ich auch, aber bei mir können sie ein bisschen mehr Saft reinmachen! Trinkst du mit mir einen Sekt? Oh ne, ich hab Migräne! Dann trink doch einen O-Saft! Oh ja, ich nehm auch einen O-Saft, aber nur frisch gepresst! Frisch gepresst haben wir nicht! Warum nicht? Keine Ahnung, ich bin nur der Kellner! Na gut, dann nehm ich jetzt nen Sekt mit normalem O-Saft! Ich auch! Dann nehmen wir doch gleich ne Flasche Sekt! Soll ich Ihnen ne Flasche O-Saft dazu bringen? Warum? Weil es Sekt mit O-Saft nicht in Flaschen gibt! Dann lassen Sie den O-Saft weg! Und Sie haben wirklich keine Cola Zero? Nein! Und ich weiß auch nicht warum! Ich nehm einen Radler mit wenig Bier! Bring ich! 5 Minuten später! So, wollen Sie noch ne Runde Bier? Tschüss! Bring ich! So, die Damen! Ihre Geschränke! Wer hatte denn das Radler? Wer hatte denn das Radler? Petra, hattest du nicht das Radler? Ne, ich wollte doch nen Frisch gepressten! Frisch gepressten haben wir nicht! Achso, na gut, dann nehm ich! Sie haben schon gewählt und es ist auch schon da! Oh! Was macht das? Zusammen oder getrennt! Ich zahl die Hälfte vom Sekt! Warum die Hälfte vom Sekt? Wir sind doch drei! Ja, wir sind doch drei! Na gut, dann ein Drittel vom Sekt! Dann bekomm ich 5,33 Euro! Macht es 5,40 Euro! Ich zahl dann die anderen 2 Drittel! 10,66 Euro! Warum sind denn Ihre Preise so komisch? 5 Minuten später! So, das Bier! Das macht nochmal 18 Euro! Mach nochmal 20! Danke! Ist bei Ihnen noch alles recht? Ich hätte gerne noch nen frisch gepressten... Sonst noch jemand einen Wunsch? Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Höchstens noch ne Cola-Sirup? Feierabend!